Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GSHOB LIFE, heute mit dem... ...wir. Naja, das ist ja das Problem. Ja schaff, gerade das Spiel. Verdammtisch, scheißaus. Das war ja mal meilenweit weg von allem, was du da gemacht hast. Soll ich das das schwarze Loch irgendwie mit erwischen? Ne, soll ich's total. Tja, irgendwie sowas. Ah, du willst noch mal, und dann wieder zurück. Zurück. Und dann gleich was. Ah, nicht. Oh Gott. Sekunde, ich muss mal kurz den Idioten vertrösten. Naja. Nimm den Kakao aus, das wollte ich nicht. So ne Pussy ist er auch nicht. Dann schicken wir irgendwie. Dann schicken wir irgendwie. Dann schicken wir irgendwie ... Mal verbrecht, Comp!! Egal, was ist erstmal was schießen. Da. Doch, das kriegen sie ja alles mit. Doch, sie sehen das und hören das. Wieso schreibe ich das dem Drachil ein? Den interessiert das doch sowieso nicht. Weil EPS nimmt das ja mit auf. Oh, sie sind bei. Sehr praktisch. Wo sind wir mit? Das macht ihr. Das macht ihr. Heute ohne Wien. Nein, morgen wird es kein anderer. Oh Mann, nein. Aber warum denn? Es ist Sonntags, da wir Feierabend. Ja, als Gamer Feierabend. Ja. Ja. Da fängst du doch echt richtig an. Und Montag ist Hamburg. Hamburger. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, der ist Hamburg. Hier war davon aus, dass höchst könnte, was ich meine. Du hast ihn da abgedacht. 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 Ja, das ist... Klappe. Schneidest du die nachher aus? Ja. So schlimm ist das auch nicht. Das war nur in den ersten Minuten. Ja. Ja. Das ist noch... Relativ. Frei. Frei. Weißt du's? Schlecht. Nee. Das heißt ja nicht. Es... Nee. Was es war, das weiß ich auch nicht. Ja. Failshot. Schatz und Geier. Es ist zuerst ja nicht, was Daily Shots schon heißt. Oder Filtern halt. To fail. Na wenigstens trifft jetzt etwas davon. Ja. 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 Loll. Hoffel kommt da. Ich weiß. Nein. Noch kein Hoffel kommt da. Das wäre zu langweilig. Ja. Das ist aber genau dein Niveau. Das ist nicht mein Niveau. Mein Niveau ist wie ist die Gap. Das ist über dein Niveau. Ich bin nicht bereit. Ist doch gut so. Kannst du so oder so sehen. Nein. Nein. Eben. Ich habe keine Brille aus. Ja. 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 Das sagt man doch nicht. Besonders nicht im Video. Ja. 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 Das muss er ja. Sonst hätte er sich keinen Blödsinn gekauft. Ja. Ich habe dir keinen Blödsinn gekauft. Erzähl, dass du ihm einen Blödsinn gekauft hast. Er ist der Blödsinn höchstpersönlich. Nein. Doch. Nein. Doch. Du bist anstrengend. Weißt du was? du bist anstrengender du bist lege näher ja ein legendärer fehl wie lange ich diese sache nicht da habe ich nie gesehen da kommt ja vielleicht noch ja in zwei runden 1,2,3,4,6 da ist crazy leicht verhext da ist heiß verhext Chips Cola jetzt klappe wenn du es schon lernt mit den großen furzen dann muss er weg 21 damage da kommt 50 der beste Sprüche vor crazy er kommt noch nicht mal auf deinen namen obwohl es da sogar steht und da steht er doch auch da ist ein kleines Bier gewesen da ach das Ding da kommt noch einer ja 2,3,4 6,2,3,4 jetzt gibt es ein Bier schade der kleine stirbt gerade der wird dir ja nicht helfen wir kommen vorbei kein Pum-Pum-Pum-Kid, baby schade ja ist das ganze eine Runde verkürzt aber naja ich lebe im richtigen Bier im Vollbeat im Vollbeat oh man das ist nicht so lustig ich weiß genau was das eine Anspielung war crazy wie konntest du die Nummer 1 leiten nicht lustig.de natürlich kenn ich den Quatsch ich bin aber lustiger deswegen heißen die auch nicht lustig du bist auch oft lustig ich lache da einfach nur damit du dich schade unsere kleine Prinzessin fragt wie lange die Runde noch dauert spricht sie auf den hohen Töten das kann ich bei dem Geschreibe leider nicht erkennen sag einfach der Gegner hat nur noch über 300 Punkte wie soll er das dann hören schreit ihm doch kann sich auch nicht entscheiden das auch stimmt schreien wird schreien na nimmt er das Ding mit ja naja ob die Spinne trifft das weiß man vorher nie ja ich kann euch dies aber schon auflösen die hatte ich getroffen die nach links Lachen wir haben schon geschlossen und jetzt kommt das gelockst 5 Damage nice okay der das war das was soll das Crazy sound. Crazy records. Ha, das schwarze Loch in den Einschiss voll ver... naja, verhunzt. Das freut mich auch so gut. Kack, kack. Ey, na, das wollte ich doch nicht sagen, du Döder. Yey, jetzt kann ich mich hier auch helfen. Und wie hat er denn noch? 92 oder so, keine Ahnung. Ne, 79. Okay. Dann mach ich die Hälfte und nur die andere, wa? Krieg ich ja auch ein Stück ab vom Kuchen. Nein. Du... Tick, du, tick, du, tick, du, tick, du, tick, du, tick. ... dass die da vorher hingekriegt hat. Ja, du! Oh, der Ausfall. Ja, ist total. Dann macht man Platz, weiter. Nach Tücherei. Müssen wir Felicia noch mit den... ...quatschkippen machen oder das ist ne dumme Idee? Das wäre eine dumme Idee. Ganz schön, dass der Typ schon mal konkret cool, egal wer ist. Zumindest bei der Aufgabe ist es einfach schlecht, dass Philippia oder Felix oder wie Haucher Esther ist. Dabei ist. He she is. He she is. Was ein Shit. Genau. Komm, gute Idee. Fahr einfach zu irgendeiner. Hallo? Daneben so rum. Irgendwie habe ich mich alles hier verwischt. Irgendwie auch. Es ist nun mal das Original. Ja. Das ist mir doch ein Auslöser. Direkt ein Selbsttreffen. Ja. Ich würde natürlich das Niveau um 50 Prozent sinken. Das machst du doch schon jetzt. Naja. Aber auch meine... Jetzt war es nur vom Kommentator. Es ist egal. Schrott bleibt Schrott. Schrott bleibt Schrott. Oh, dann sieht es wieder das. Schacht doch mal auf diese Kommentare. Bloß nicht. Hin und wieder muss ich doch auch mal deiner Meinung sein. Oh, okay. Mal ein krasser Querschnitt nachher gehen. Ja! Komm, du, 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 du. Das... Der Berg hat das natürlich nur aufgehalten. Verdammt. Sei doch glücklich. Sonst hätte ich 110 gekriegt. Nein, das Stück Erde hat nie Lauf gehalten. Das ist der Gegner. Und die Schaden. Nochmal das Ganze. Und die Sternen mag das. Ja. Ja, es ist nichts, der gefällt das. Das ist geil. Das Prinzesschen will dir die Sternschnuppe nehmen. Loll, wollte gar nicht schießen, der Link. Ah. Das sind sie echt. Deswegen haben wir ja gesagt. Ja, in A2 könnte ich nicht. Dann müssen irgendwas so 90% der Tonspur halten. Ja, das ist es ja. Ja, weil jetzt wieder schreit. Das kann man immer hin. Äh, das... Ja. Das geht ja wenigstens noch. Aber bei Lava... Da ist ja schon der Fell manchmal Schrott. Natürlich ist der Fell Schrott. Dann fehlt noch der Hürmschrott. Da sind wir komplett. Ja. Ja. Ich glaub, ich hör den Fell als der Rektor. Tö 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 tötö tó tö 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 tö. Wir machen jetzt echt die Phrase Rekord. Dann summst du deinen Lieder ein oder sieht das bei Lieder-Pathigloten aus. Das hältst du doch mal. Gibt mir einen Ping, aber nur ein 1. Wahrscheinlich kennt die Anspielung keiner unter 50, aber... Das soll's, vielleicht haben die ja mal kompetenten Zuschauer. Du kannst nicht kompetent sein, kleiner Fan. Du bist immerhin unter den Mitspielern. Oder weniger. Finde ich physisch. Und das reicht, um das Niveau zu sinken. Kein Glück kann das Spiel neuerdings deshalb besiegen. Ja. Das erspart... irgendwie. Kannst du auch deutsche Spieler dazu geben? Probier's doch aus. Ich hab keine Rückseite. Ah, super. Aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich weiß nur nicht wie. Ich krieg das hin. 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 Achja, nicht wundern bei uns, wie man will. Oh, da ist gut. Oh. Oh. Ich wollt grad sagen, nicht wundern, wenn wir draußen unsere Nachbarn legen grad noch den Rasen. Und dann beschwerst du dich immerhin, wenn du fragst. Wenn die fragt. Ja. Weil... Der hört sich an, als würdest du grad im Orkan stehen. Der Rasenmäher ist ziemlich weit weg. Sind sie im Augen in der Sturm aus, oder was ist los? Was sah eigentlich so aus. Achso. Ja, jetzt mach ich auch nicht mehr. Nein, das war wegen dem Beschwerden. Hab ich immer die Gründe genannt. Oh. Eieieiei. Nicer, dicer. Das war auch ein Blickerdamage. Schweißer ist der Film in Klass. Das ist keine Prokurzierung, das ist nur ein Wortspiel. Ja, hat eine der schlechtesten Wärmungen, die die Ferne, die er hatte. Ja, vielleicht können wir ja mit dem Pole-Product-Basen. Das ist nun mal seine größte Angst nach dem, was die alle Pommes aussternen. Das sind die leise, leise. Weil die so stehlen. Aber nicht so frei darüber. Du hast keine Ahnung. Ich könnte es wissen. Ich könnte Neul scheinen, die nicht mal Neul als Profilbild hat. Bitte mal in die Töte kommen. Ripp. 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 Die. Jemand will wohl seine Waffe aufbessern. Ich glaube hier gewinnen. Lass dich so lauter schlafen, mein Kind. Und die Uhrzeit? Dann leg dich meine Handschriften weg. Lass nicht so viel Beifall. Guck mal, Leute. So. Doch etwas weit. Oh, eigentlich wollte ich nur in der Nähe vom Päckchen gehen. Oh, Mega Nuke und GodRace. Für eine Mega Nuke bin ich noch zu, zu, zu dicht dran. Ah, das passt schon. Immer doof. Mach ich auch immer dazu direkt. Na, 160er Tritt. Bist du alt oder warum spinnen sie so? Ich bitte errichte dich einfach nicht teurer, ok? Ja. Eieiei. Jo. Den hat es zerlegt. Ja. Ja. Den geht's morgen auch nicht mehr gut. Äh, was hab ich da gerade gesagt? Ich hab gesagt, wir haben Sapsbar ist gleichmäßig. Überhaupt kalt. Ja. Oh, der Flummi. Ach da. Der Flummi ist echt der sinnloseste Waffe, das gibt. Nein. Nein, das sind die Counterwaffe. Ja. Ach. Cool. Das war die falsche Waffe. Das passiert dir öfters, oder? Äh, dieses Mal leider ja. Ja. Der Böse über Caps drauf. Ach. Hat doch noch getroffen. Natürlich trifft er. Weil es eine andere Waffe ist. Genau. Weil es nie eine andere Waffe ist, als ich eigentlich einsetzen wollte. Hab ich nicht gedacht, dass es trifft. Ja. Oh, du hast die Waffe schon auf Stufe 4. Nein, das war Stufe 3. Aber solche Diskussion hatten wir ja auch schon öfter. Ja. Schwer sein. So klappt das nicht, mein Freund. Willst du ihn runter bauen? Nö. Ist mir langweilig. Mauen ist immer... Scheiße. Eww. Faszinierbar. Wie gehört denn der noch? 7. 2 G-Held. Ähm. Ja. Das ist die letzte Waffe. es ist egal, da kann ich einfach aus dem Bild rausschießen, aber ich kann so läuft das und tschüss so nicht mehr lange ich hoffe die Folge hat euch gefallen, habt ihr noch was zu sagen und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal